Hit Radio FFH. Anke ist Tanke. Aus, Hundi, aus! Hat der Zeckenteppich keinen Namen? Weiß ich nicht, der ist mir zugelaufen. Die drei beliebtesten Hundennamen in China sind ja Wow Wow, Ciao Ciao und Gericht Nummer 9. Nicht lustig. Ich find den voll süß und würd den sofort behalten, wenn ich keine Sechsstubentiger hätt. Behalt ihn, Anke. Meinst du? Dann war in deinem Leben nicht alles für die Katz. Nein, nein, nein. Einmal die vier. Und könnte der Hund hier vorm Tresen etwas Platz machen? Ich möchte bezahlen. Soll ich ihn in die Kundentoilette sperren? Nein, natürlich nicht. Ich sprech nicht mit Ihnen, ich sprech mit dem Hund. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, meinst du, da ist ein Kampfhund mit drin? Warum fragst du mich da? Ich hab noch nicht reingeguckt. Im Ernst, Ma. Ich würd sagen, das ist ein Kampfhund. Echt jetzt? Er kämpft mit Übergewicht. Also beobachten Hunde ihre Herrchen dabei, wie sie mit anderen Hunden schmusen? Können sie eifersüchtig werden? Von mir aus kann er jedenfalls hierbleiben, bis sich sein Besitzer meldet. Bei den Preisen wird er sich ja auch sicher wohlfühlen. Wieso? Die sind auch ein dicker Hund. Mach 428 Euro, sammeln sie Labello-Punkte, haben sie eine Fressnapf-Card oder sind sie im 101 Dalmatiner-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitteschön. Bitteschön. Dankes Tanke. Täglich bei Hitradio FFH. Und mit allen anderen Highlights im Guten Morgen Hessen Podcast bei FFH im Web und in der App.